Ostern steht wieder vor der Tür, aber das bedeutet nicht nur Gutes. Ein mysteriöser Osterhase treibt dieses Jahr sein Unwesen. Oh, scheiß Fake News, Hauptsache Eier, Alter, egal wer sie bringt. Jo, Jonas, willst du noch was trinken? Jo, klar. Ja. Das war's für heute. Boah, Junge, Alter. Ich glaube, ich gehe pennen. Yo, ich gehe auch gleich pennen. Hä, wo ist der Typ? Boah, der ist eh wieder pissen. Boah, Junge, Alter. 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 Oh, scheiße. Ich kann das nicht mehr. Ede, wir brauchen noch diese eine ist... Oh, ich glaube, ich gepenne. Oh, so müde. Was ist das? Oh, wo ist der? Es gab erneute Anschläge auf Häuser in der Innenstadt. Wirangi noch weiter. Untertitelung des ZDF, 2020